Zum wiederholten Male fand dieses Jahr das Nachbarschaftsfest auf dem Hansaplatz statt. Am 06.08.2022 wurde den BesucherInnen dabei einiges geboten. Neben Kaffee und Kuchen, kalten Getränken und reichig Leckereien konnte man sich über das Viertel und anstehende Projekte informieren. Initiativen wie das Hansa Forum und Platanpower gaben Aufschluss, was in Zukunft im Viertel passieren soll und unterstützten BürgerInnen dabei, eine Stimme zu bekommen. Begleitet wurde das Ganze von einem abwechslungsreichen Live-Act-Programm. Lokale und regionale MusikerInnen spielten von 14 bis 22 Uhr verschiedenste Genre und amüsierten die Gäste. Auch für die Kids war gesorgt. Neben einer Bastel-Ecke sowie einem Do-it-yourself-Schminktisch konnte ein Clown mit seiner Ballonkunst die Kinder begeistern. Organisiert wurde alles von der Nachbarschaftsinitiative Platanpower in Zusammenarbeit mit dem Benno-Haus. Das Fest sollte dazu anregen, sich über wichtige Dinge im Viertel auszutauschen, sich besser kennenzulernen und einfach gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Wir bedanken uns im Namen des Benno-Hauses und freuen uns aufs nächste Mal. Klaus Eine Artikel-E��� Klaus Das war's!